Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir IceCard den Schatten überholt in der Mission IceCard. Ja. Und jetzt werden wir uns der dritten Mission endlich von dieser IceCard zuwenden, damit wir alle fünf Sterne haben. Ja, und dann werden wir uns auf zur nächsten Mission machen. Ja, das war das Level, was die gerade gemacht haben. Ich muss dir sagen, das sieht schon cool aus hier, wie die das hingekriegt haben. Oh, ne, die Kacke war das. Ah, das hab ich gehasst. Das war auch immer so zeitaufwendig. Ich muss noch ganz kurz überlegen, ja, man brauchte die Feuerblume. Ja, hier konnte man, hier kann man ganz viel finden. Sechs Abpilz und so. Das war alles nicht interessant. Das braucht man nämlich alles gar nicht. Wir brauchen nämlich nur die Feuerblume. Die werden wir jetzt auch holen. Ah ja, stimmt. Ach, weißt du, dass der immer so dumm weiterläuft, wenn der sich den Arsch verbrennt? Dieser Vollidiot. Nicht wieder hier. Äh, Gott. War auch wieder ein unnötiger Tod. Oh, sowas muss doch nicht sein. Oh, raus da. So, lauf. Ich hasse das, wenn ich so dumm und ohne die sterbe. Das könnte ich das ganze Kotzen kriegen. Oh, jetzt geht wieder runter. Kacke hier. Oh, jetzt geht's. Oh, Gott. Ah, Idioten. Sagen wir mal, den kann ich doch wohl rausfördern hier. Also, ich will doch eher wohl nicht sterben, ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, ich will doch mal. Oh, ich will doch mal. Oh, ich will doch mal. Okay, gut. Oh Gott. Oh, komm, ey. Musste ich jetzt deswegen sterben? Ach, kommt, Leute. Ey, das ist doch so kacke. Ey, wieso besterbe ich denn jetzt so oft? Das ist so richtig behindert, Mann. Ey, da könnte ich das kalte Kotze kriegen. Ohne Scheiß. So eine Kacke. Jetzt muss ich mir immer diese Animation angucken. Ich kann alleine einfach zugehen, wenn ich es doch schon mal gesehen habe, wie toll das zugeht. Oh Gott. Das war hier nochmal. War hier nicht ein Leben oder so. Oh, was hier ist das? Lauf doch richtig. Oh, wegen Sternteile bin ich gestorben. Das ist super. Fass du diese Viecher? Die sind einfach rattig. Oh, kommt, ey. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Kommt, ey. Verpisst euch los. Kannst du die irgendwie töten? Ja, der ist schon mal tot. Okay, ich hab's jetzt eigentlich schon geschafft. Oh, was hier ist das? Oh Gott. Ich muss ja nur noch diesen Pfad machen, ne? Einfach einen Pfad. Ari, das ist mir kurz beim Abkratzen. Das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir schon wieder sechs Minuten weg, Eric. Wegen so einer Scheiße. Alter, bin ich jetzt ehrlich so gestorben? Alter, ich werde nicht Game Over gehen, oder? Ein Leben noch ist scheiße. Alter, das ist mir eine Rettung. Oh Gott, äh, ich war gerade kurz beim Abkratzen, äh. Oh Gott. Das habe ich auch noch geschafft. Zwischen eiskalt und gluteiß. Schweichern? Okay. Neue Galaxie. Sand-Insee-Galaxie. Davon machen wir dann schon mal das erste Level. Der Lüftstrom des Sand-Tonneres. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Sobald kann Mario sich nicht die Arme brechen, die Beine brechen. Ja, jetzt erinnere ich auf. Das war's für heute. Was, Alter, dann ist mein Typ hier nicht gesprungen, deswegen, oh, jetzt bin ich schon wieder kurz vor sterben. Was? 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 WELL! Oh Gott, ich habe einen Rumpfide. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es macht mich, wir los kann's shoot! Oh Gott! Das wusste ich jetzt gar nicht. Soooo. 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 Soooo.